Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Deezer-Date-Video auf meinem Kanal. Heute geht es um ein heißes Eisen für mich persönlich und ich habe mich um dieses Video ziemlich lange herum gedrückt. Vor vielen Monaten schon hat mich auf Instagram ein Mädchen angeschrieben und gesagt, wir seien doch so umweltbewusst, warum wir eigentlich so viel fliegen. Ja, diese Frage hat mich beschäftigt, weil es stimmt, wir fliegen viel und es stimmt, wir sind eigentlich umweltbewusst. Wir denken ja viel darüber nach, wir haben uns ein Elektroauto gekauft, wir haben eine Photovoltaikanlage. Außer mir sind alle volle Vegetarier in der Familie und so weiter. Also da spielt das Umweltbewusstsein eine große Rolle und trotzdem ist es so, dass wir viel fliegen. Ich bin jetzt 51 Jahre alt. Der größte Teil meines Lebens hat Fliegen eine sehr geringe Rolle gespielt. Ich würde mal sagen, bis ich 40 war. Als ich Jugendlicher war, hat es praktisch keine Rolle gespielt. Ich glaube, wir sind einmal nach England geflogen. Mit meiner Familie sind wir nie in Urlaub geflogen. Ich war Künstler, ich war regional verwurzelt. Ich habe hier meine Arbeit gemacht in Konstanz und Fliegen war nicht nötig. Und ich war auch damals nicht so drauf, dass ich unbedingt in die weite Welt hinaus wollte. Zum ersten Mal ein bisschen geändert hat sich das, als ich mit 40 zum ersten Mal den europäischen Kontinent verlassen habe und nach Namibia geflogen bin. Ich habe ja Verwandte in Namibia und habe festgestellt zum ersten Mal, dass es wirklich was völlig anderes ist, wenn man in einem Land ist und lebt und dort ist und das atmet und spürt. Alleine die Erfahrung in ein Dorf zu kommen, zum Beispiel wo 99,9 Prozent der Menschen eine schwarze Haut haben. Das ist ein völlig anderes Erlebnis, als das zu wissen oder in der Schule zu lernen, dass in Namibia, keine Ahnung, zweieinhalb Prozent der Bevölkerung weiß sind. Seitdem, also seit ungefähr elf Jahren, hat das vielleicht mit dem Fliegen so ein bisschen mehr zugenommen. Wir haben auch Freunde in Amerika gewonnen durch einen Haustausch. Und wenn man Freundschaften hat, dann will man sie auch pflegen. Und so sind wir dann vielleicht alle ein, zwei Jahre mal nach Amerika geflogen. Und was sich tatsächlich in den letzten zwölf bis zwanzig Monaten extrem geändert hat, ist, dass es sich beruflich immer mehr ergeben hat, dass wir geflogen sind. Die sachlichen Fakten will ich hier nur ganz kurz umreißen. Das könnt ihr googeln. Selbstverständlich ist es so, dass Fliegen, was den CO2-Ausstoß betrifft, sehr schädlich ist. Auch viel schädlicher ist als Zugfahren, Busfahren, Reisebusfahren ist da, glaube ich, am besten. Was den Treibstoffverbrauch betrifft, ist Fliegen gar nicht so schlecht. Vor allem, weil in den letzten 30 Jahren da sehr viel getan worden ist und der Treibstoffverbrauch, glaube ich, um die Hälfte ungefähr gesunken ist. Aber CO2 ist gar keine Frage, ist der Ausstoß sehr hoch. Und dieses Thema kommt ja nun auch durch das Thema Klimawandel Fridays for Future tatsächlich auch im Mainstream an. Ja, die Gründe für die weiten Reisen wegen der Familie oder den Freunden habe ich euch gerade erläutert. Und ich halte das auch für richtig und wichtig, dass man gelegentlich andere Länder besucht und nicht nur darüber liest. Und das werdet ihr auch bei meinem Fazit sehen, was ich daraus für Schlüsse ziehe. Aber was eigentlich zugenommen hat, ist der Bereich im Beruflichen. Und dazu muss man wissen, dass auf der einen Seite mein Beruf früher sehr regional verwurzelt war und ich mit zunehmendem Erfolg, muss man sagen, auch immer mehr überregional tätig bin. Und zum anderen, dass ich dadurch, dass der Oskar ja noch minderjährig ist, ihn begleite in den letzten Jahren. Und was wir beide gemeinsam haben, ist, dass unsere Berufe so sind, dass man für relativ kurze Zeit an einem anderen Ort persönlich anwesend sein muss. Das ist zum Beispiel, wenn ich eine Moderation mache und die ist in Berlin oder ich moderiere eine Show und die ist in Hamburg, dann kann ich das nur persönlich machen. Diese Show ist halt nur zwei Stunden lang oder drei Stunden oder beim Oskar ein Casting für einen Film, kann manchmal nur eine Stunde sein oder ein Drehtag, wo man halt mal für vier Stunden an einem anderen Ort sein muss. Das sind alles Beispiele, wo man persönlich für relativ kurze Zeit an einem entfernten Ort sein muss. So, und jetzt kann man sagen, die Dinge, die der Oskar und die ich tun, die finden meistens in Köln, in Hamburg oder in Berlin statt und manchmal auch in München. Und wir leben ja hier in Konstanz und Konstanz hat ein ziemlich großes Problem, nämlich eine ganz bescheidene Verkehrsanbindung. Und das ist letztendlich der Grund, warum wir in der letzten Zeit so oft geflogen sind. Diese Kombination aus der Verkehrsanbindung hier in Konstanz und der Tatsache, dass wir oft sehr kurze Termine an einem anderen Ort haben, die aber eine große Bedeutung für uns haben. Also das Casting für einen Film oder für eine Fernsehserie hat halt eine große Bedeutung oder die Moderation einer Veranstaltung. Das ist halt wichtig, dass ich dann dort auch bin. Wenn man sich jetzt anschaut Berlin, wo wir relativ häufig sind, mit dem Auto brauche ich acht bis zehn Stunden, muss am Steuer sitzen, muss fahren, stehe im Stau. Mit dem Zug fahre ich leider zwischen acht, ein halb und neun, dreiviertel Stunden nach Berlin. Und mit dem Flugzeug, wenn ich die Anreise zum Flughafen berücksichtige, die Wartezeit am Flughafen und den Flug, würde ich mal sagen, bin ich mit drei bis vier Stunden, egal ob Hamburg, Berlin oder Köln, immer gut bedient. Um andere Städte geht es gar nicht. Also München, Frankfurt, Stuttgart ist überhaupt keine Frage. Das ist natürlich immer mit Auto oder Zug zu machen. Es geht im Wesentlichen um Hamburg, Berlin und vielleicht noch Köln. Abgesehen von den Zeiten ist es eben so, der Zug hat am wenigsten CO2-Ausstoß. Das wird so mit 30 Kilo etwa angeben bei Berlin, 30 Kilo CO2. Beim Auto, das könnte sogar mit unserem Tesla jetzt günstiger sein, wenn man Ökostrom tankt. Aber normalerweise würde man sagen, ist es vielleicht 100 Kilogramm, also doch mehr als der Zug. Wenn man zu zweit fährt, sind es noch 50, 60 Kilogramm, also immer noch mehr als der Zug. Ab drei Personen könnte es sich dann ungefähr lohnen, mit dem Auto zu fahren. Also aufs CO2 bezogen. Gut und mit dem Flugzeug, das ist auf jeden Fall mal deutlich mehr als der Zug. Aber wenn ich jetzt einen Termin in Berlin habe und der liegt um 10 Uhr oder um 12 Uhr oder um 14 Uhr, dann kann ich den eigentlich fast nicht mehr mit Zug oder Auto erreichen. Das heißt, ich muss dann am Vorabend anreisen, eine extra Übernachtung machen. Wenn er um 18 Uhr ist, dann muss ich auf jeden Fall übernachten und am nächsten Tag den kompletten Tag nach Hause fahren. Das heißt, ich habe für einen Auftritt oder eine Veranstaltung zwei bis drei Arbeitstage. Und das ist natürlich dann noch ein weiterer Punkt. Nach Berlin fliege ich zwischen 75 und 100 Euro und der Zug kostet 126 Euro. Da gibt es natürlich auch viel günstigere Angebote beim Flugzeug. Also der Hauptgrund, warum ich fliege, ist letztendlich, dass ich bestimmte Auftritte oder bestimmte Termine anders nicht einhalten kann. Zehn Stunden für Auto oder Zug habe ich einfach nicht. Und da liegt einfach Konstanz sehr ungünstig. Bei Köln, da hängt es dann davon ab, wann genau der Termin ist. Beim Oscar geht es ja auch darum, verpasst er einen oder zwei Tage Schule. Das ist ja auch nicht so ganz irrelevant. Das sind Überlegungen, die sind individuell und die führen eben immer wieder dazu, dass wir fliegen nach Berlin und Hamburg zu 80 Prozent und nach Köln vielleicht zu 50 Prozent. Und ich denke auch immer weniger. Das gefällt mir natürlich nicht, weil ich hätte natürlich den Anspruch, dass ich besser im Einklang mit dem Umweltschutz handeln würde. Was würde was verändern? Klar, ein Umzug. Man könnte nach Berlin ziehen oder nach Köln ziehen, nach Frankfurt ziehen. Sogar in Freiburg gibt es ICEs. Es gibt viele Städte, von denen aus man weniger fliegen muss. Von München aus auch. Ich würde nach wie vor sehr viel reisen müssen, aber ich würde nicht mehr an dem Ort wohnen, wo ich geboren worden bin und aufgewachsen bin. Ist mir im Moment ein zu hoher Preis, auch wenn sich zunehmend auch so ein Gefühl dafür entwickelt. Ich könnte auch an einem anderen Ort leben, solange die Arbeit dann dort befriedigend ist und Spaß macht und auch dort stattfindet. Die zweite Konsequenz könnte sein, sozusagen ein Berufswechsel. Natürlich, ich kann auch Klavierunterricht geben. Ich kann auch in die Schule gehen als Lehrer. Ich muss nicht freiberuflicher Künstler sein. Der Oscar muss nicht YouTuber sein. Ich finde das einen hohen Preis, den von jemandem zu verlangen ich eigentlich nicht angemessen finde. Ich könnte Arbeitstage opfern, sozusagen auf Einkommen verzichten, weil ich jetzt nun im Gegenteil zu vielen anderen, die sagen, sie können beim Zugfahren sehr gut arbeiten. Ich kann es nicht so gut. Ich fahre ja auch Zug und ich weiß, wie gut ich dabei arbeiten kann. Letztendlich wäre die Entscheidung dann eher zu sagen, ja, ich senke meine Produktivität, muss für solche Fälle mehr Arbeitszeit einplanen, die ich definitiv meinen Auftraggebern nicht aufschlagen kann, weil sie es nicht bezahlen werden. Also sozusagen Einkommensverzicht hinnehmen, zusätzlich zu den höheren Kosten bei der Bahn, ist für mich ganz ehrlich auch nicht die Option. Kompensieren, natürlich, Transfer, Atmosphäre, Kompensationszahlungen leisten, das ist für mich im Moment so die naheliegendste Möglichkeit, vielleicht auch nur um das schlechte Gewissen zu beruhigen, weil es geht mir nicht um den Preis, also ich würde auch mehr bezahlen, sondern es geht mir darum, dass ich die Dinge tun kann, die ich tun möchte. Politisch betrachtet, klar, es müsste teurer sein, das Fliegen, wie eben angedeutet, es würde mich nicht davon abhalten, nach Berlin zu fliegen, weil es für mich einfach die vernünftigste Lösung ist. Berlin und Hamburg, da sehe ich eigentlich bei den meisten Aufträgen, die ich habe, kaum eine andere Möglichkeit. Ich denke, man kann darüber streiten, ob die Mitarbeiter des Umweltministeriums, ich weiß nicht, 2000 Mal, 3000 Mal im Jahr, von Bonn nach Berlin fliegen müssen, wenn es einen Zug gibt, der nur fünf Stunden dauert. Kommen wir zu einem kleinen Fazit und ich möchte euch bei dieser Gelegenheit dieses Heft auch mal empfehlen. Das ist zusammen entstanden von der Airbus Group, zusammen mit der Heinrich-Böll-Stiftung, der grünen nahen Stiftung, das heißt oben. Und hier geht es eben genau um dieses Thema, wie können wir das mit dem Fliegen lösen? Weil eine ganz interessante Information, die gleich mal hier drin steht, ist, auf die Frage, sind sie in den letzten zwölf Monaten geflogen, antworten 49 Prozent der grünen Wähler mit Ja und haben damit den höchsten Anteil an denen, die geflogen sind. Und deswegen beschäftigt sich auch die Heinrich-Böll-Stiftung mit diesem Thema, denn ausgerechnet die grünen Anhänger, also gerade die umweltbewussten, sind die, die sowohl von den Jobs her, von der Einkommensstärke und vom kulturellen Interesse her, am häufigsten fliegen und natürlich am meisten darunter leiden, weil es ihren Werten widerspricht. Und worum es in diesem Heft eben auch geht, ist, welcher technische Fortschritt möglich ist und wie wir dazu kommen, dass Fliegen weniger umweltschädlich wird beziehungsweise bis 2050 sogar CO2-neutral sein kann. Und das hat etwas zu tun mit den Treibstoffen und mit den Motoren. Und das scheint mir tatsächlich, und das nimmt mir jetzt bitte nicht übel, die einzig realistische Lösung zu sein. Vor allem, wenn ich die Sache global betrachte, ich glaube nicht daran, dass wir zu einer starken Reduktion des Fliegens kommen, ganz im Gegenteil. Ich glaube absolut daran, dass wir es schaffen können, mit reinen regenerativen Energien Wärme und Strom zu erzeugen. Ich glaube absolut daran, dass wir es schaffen können, durch eine andere Landwirtschaft und durch den weitgehendsten Verzicht auf Fleisch hier einen riesengroßen Beitrag leisten zu können. Aber beim Fliegen glaube ich es nicht. Und wenn wir uns Länder anschauen, wie Amerika oder Indien oder Russland, da muss man auch sagen, wir sind hier auch schon ein bisschen beschränkt. Wie soll ein amerikanischer Geschäftsmann, der vielleicht in Chicago sein will, in San Francisco, in New York, in diesem riesengroßen Land, wie glaubt man denn, dass der hinterher nicht das Flugzeug benutzt? Natürlich kann man da viel einschränken und Skype-Konferenzen machen und so weiter. Aber da wird immer geflogen werden. Und in dem Maße, wie es anderen Ländern zunehmend besser geht, was wir erhoffen, werden auch die mehr fliegen. Und insofern glaube ich, dass in diesem Bereich es wirklich nötig ist, dass wir uns da fokussieren auf einen technischen Fortschritt. Vielleicht zuletzt noch zwei Punkte für mich selber zum Thema Fremdscham. Es ist so, ich treffe Entscheidungen. Ich muss sie individuell aufgrund meiner persönlichen Rahmenbedingungen treffen. Und wenn andere mich dafür kritisieren, muss ich das aushalten. Es ist meine individuelle Entscheidung. Umweltbewusst heißt für mich, dass ich mir dessen bewusst bin, was es für Folgen hat, dass ich mir bewusst bin, welche Möglichkeiten es gibt und dass ich dann aufgrund dieser Informationen abwäge. Das sind meine Entscheidungen, die ich selbst treffen muss. Was ich schwieriger finde, und daher kommt ja eigentlich das Wort Fremdscham, ist, dass ich zunehmend beobachte, dass man seine Meinung äußert über das, wie andere Leute zu handeln haben und dann Anklag mit dem Finger auf andere zeigt, vor allem ohne deren Lebensumstände zu kennen oder gar zu verstehen. Ich glaube, dass ich ohne ein wirklich tiefgehendes Verständnis, man kann es auch Empathie nennen, für die Lebensumstände der anderen und ihre Motive, so zu handeln, wie sie handeln, ohne so ein Verständnis, glaube ich, lassen sich die Probleme der Menschheit sowieso nicht lösen. Ich glaube, auch zum Argumentieren sollte man eine Meile in den Stiefeln des Anderen gegangen sein. Insofern ist das heute mein Beitrag, dass ihr diese 10 Minuten zusammen in meinen Stiefeln gegangen seid. Ja, das war ein Video, das mir nicht so leicht gefallen ist. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Interesse daran und habt es bis zum Ende geschaut. Abonniert meinen Kanal, liked, kommentiert gerne auch unten, was ihr zum Thema Fliegen meint und ich hoffe, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer Dieser Dad. es war ein Gestalt.